Bei Brian weiß man nie, woran man ist. Luxuriös, hat er behauptet. Mit dem Geld wird es genauso sein. Ich wette, er hat keins. War gar nicht so schlimm. Ich stinke nach Pferd, aber damit werde ich fertig. Brian, Anker lichten. Jetzt reicht es mir aber. Ich wecke ihn. Und wenn ich dafür eine Kanone abfeuern muss? Falls ich eine hätte. Brian, Anker lichten. Ihm ist was aus der Tasche gefallen. Bei mir ist sie sicher. Ich bin ein Kind. Also gibt es die Tasche. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Aber ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ein Glücksbringer. Das Glück ist, dass ihn keiner gestohlen hat. Mann, ich hoffe, das fällt mir nicht auf den Kopf. Schluss mit dem Herumlümmeln, Faulpelz. Du bist wach? Mhm. Hast du mich mit irgendwas in den Hintern gestochen? Nein, das hast du wohl geträumt. Danke für die Unterkunft. Toll, oder? Ja, manche mögen den Pferdegeruch nicht, aber mir gefällt es hier. Sag mal, was hast du vor? Außer schlafen, meine ich. Wohin willst du denn so eilig, hm? Du weißt genau, wohin. Kommst du mit oder nicht? Mann, du bist ja völlig besessen von diesem Amerika-Plan. Klar komme ich mit, aber ohne Geld wird das nichts. Das weiß ich. Brauchst dich gar nicht so aufzuspielen. Hast du welches? Keine Sorge, ich habe einen Job aufgetan. Wir werden Geld haben. Einen Job, sagst du? Warte nur ab. Was für eine Arbeit. Ich will alles darüber wissen. Du hörst nicht auf zu nerven, oder? Also hör zu. Ich kümmere mich um Pferde für einen Kerl, der an den Tresor seines Vaters will. Er traut sich nicht selbst, du weißt ja, diese schnöseligen Erben. Wir haben abgemacht, dass ich ihm dir Papiere bringe und er dafür bezahlt. Ich würde es ja selbst tun. Aber ich dachte, es wäre besser, jemand Verlässlichen dabei zu haben. Deshalb bist du hier. Das klingt gut. Vielleicht zu gut. Was weißt du über diesen Typen? Wage es nicht, mich davon abzuhalten, Tim. Stell dir doch mal vor, was in dem Tresor sein könnte. Der Mann will nur Papiere und Dokumente. Verstehst du? Den Rest behalten wir. So viel ist sicher. Und alles, was wir sonst noch da finden, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Wenn du kein Interesse hast, frage ich jemand anderen. Aber dann kannst du Amerika vergessen. Nein, Brian, schon gut. Wir machen das zusammen. So wie früher. Jetzt klingst du wie der gute alte Tim. Ich wusste, du würdest mitkommen. Glaub nicht, dass ich dir nicht traue. Aber wie willst du das machen? Einen Tresor ausrauben ist nicht leicht. Du hast recht, Mann. Wir sollten uns lieber vorher alles genau überlegen. Der Plan geht so. Wir gehen einfach hin, sind leise und schmuggeln uns irgendwie rein. Dann finden wir den Tresor, nehmen alle Sachen raus und verschwinden. Ganz einfach. Verstehe. Und das nennst du einen Plan? Na, was hast du denn jetzt schon wieder zu meckern? Meine Güte, Brian, wach auf. Das ist was anderes, als Äpfel auf dem Markt zu klauen. Wenn wir erwischt werden, landen wir im Knast. Es sind schon härtere Jungs, als wir da gelandet. Na schön. Also, was willst du? Einen Plan, du Dummkopf. Was glaubst du, wovon ich rede? Meinst du wirklich, ich mache alles selbst? Moment mal, ich habe den Job beschafft. Du kümmerst dich um den Rest. Das ist doch nur fair, oder? Aber ich gehe trotzdem mit dir, nur falls du es verpatzen solltest. Und weil du mein Freund bist, machen wir halbe halbe. Hätte ich mir denken können, dass es so endet. Gib mir die Adresse, ich seh mich mal um. Siehst du, gar nicht so schwer. Einfach geradeaus, dann die Straße hoch und schon bist du da. Es ist im schicken Viertel in der Paradise Street. Das erste Haus rechts. Viel Glück. Ja, hier gefällt es mir. Ich versuche herauszufinden, wie ich an die Schlüssel komme. Der Kerl mit dem Besen gefällt mir nicht. Ich muss was unternehmen. Das schaffe ich auch ohne Leiter. Hallo, wie geht's? Kommt drauf an, wer fragt. Ich kam gerade vorbei und sah sie so schwer arbeiten. Da dachte ich, sie könnten Hilfe gebrauchen. Nein, und jetzt geh und bettle woanders. Ich bin kein Bettler, aber bitte. Ich will mich nicht aufdrängen. Wach auf, ich brauche deine Hilfe. Ein kleines Bitte wäre ganz hilfreich. Hör auf damit, Brian. Ich habe mir das Haus angesehen. Kanntest du da jemanden? Ich habe einen Diener getroffen, aber der war ziemlich steif. Als wenn man gegen eine Wand redet. Ja, ich weiß, wen du meinst und den kannst du sofort vergessen. Du hast nicht genug Geld, um den zu bestechen. Toll. Und wie kommen wir dann rein, du Klugscheißer? Versuche es bei einem Dienstmädchen oder so. Du weißt doch, wie man mit Frauen umgeht. Hey, gar keine schlechte Idee. Also komm mit. Du lenkst den Diener ab und ich klettere über die Mauer. Mann, wenn da was schief geht. Keine Sorge, wird schon nichts passieren. Schlimmstenfalls tun wir einfach so, als wollten wir Äpfel klauen. Nun steh schon auf. Na gut, na gut. Geh schon vor. Ich komme gleich nach. Ja, ich habe mal für einen Banker gearbeitet, aber es zieht mich eher zu Pferden hin. Tatsächlich? Wofür braucht er dich? Du wirst es nicht glauben. Ich habe mich um sein Pferd gekümmert, bis es starb. Aber ab und zu brachte er ein hübsches Sümmchen zur Bank. Da habe ich ihn dann als Leibwächter begleitet. So viel Geld hast du in deinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich habe noch nie mehr als 20 Pfund auf einmal gesehen. Aber sag mal, hast du nie dran gedacht, ihm eins überzuziehen und mit dem Geld abzuhauen? Oh nein, sowas mache ich nicht. Ich bin ein ehrlicher Bursche. Was soll ich machen? Wie macht Brian das? Wie ist es nicht mal gelungen, dem Mann drei einfache Sätze aus der Nase zu ziehen? Im Moment sind so viele Leute im Haus. Ich kann da nicht hin. Wenn ich nicht zu den Schlüsseln komme, müssen die Schlüssel zu mir kommen. So ein Leben würde mir auch gefallen. Den ganzen Tag im Bett liegen, während die Diener mir Wein der besten Jahrgänge bringen. Heute Abend gehe ich dort was klauen. Jetzt brauche ich den Hausschlüssel. Da kümmere ich mich heute Abend drum. Ich will nicht einfach so rein stürmen, sonst ruft noch jemand die Polizei. Die Luft ist rein. Keine Menschenseele hier. Lisa, ist das Frühstück fertig? Es steht am Fenster, Madam. Sie sagten, ich solle keinen heißen Tee servieren. Deshalb ließ ich ihn abkühlen. Ich überprüfe das gleich. Wenn etwas nicht meinen Wünschen entspricht, gibt es Ärger. Am besten locke ich jemanden heraus. Müsste jetzt wieder ganz sein. Da kommt jemand. Was hat das zu bedeuten? Lisa! Ja, Madam? Ich habe dir gesagt, du sollst eine Flasche Rotwein holen. Wieso ist sie nicht hier? Das ist doch nicht möglich. Ich habe sie gebracht. Muss ich denn wirklich alles selbst machen? Nein, Madam. Hol die Schlüssel und bring eine neue Flasche. Sofort! Aber ich... Keine Widerrede! Ich werde das nicht dulden. Ja, Madam. Das Mädchen geht in den Keller. Das passt zu meinem Plan. Ich kann mir nicht helfen. Ich liebe das Geräusch einfach. Ich versuche, ihn ins Schlüsselloch zu stopfen und dann haue ich ab. Vielleicht sperrt sich jemand ein. Bald wird ein Dienstmädchen hier sein, aber sie kommt nicht in den Keller. Hauptsache, sie hat die Schlüssel dabei. Armes Ding. Sie kann die Tür nicht allein bewegen. Zum Glück bin ich gerade in der Nähe. Wie bist du hier reingekommen? Du hast hier nichts zu suchen. Verzeihung, ich habe gehört, dass hier ein neuer Stallbursche gebraucht wird. Ich wollte mich dafür bewerben. Nein, davon weiß ich nichts. Wer hat dir das gesagt? Ich arbeite in den Ställen hier in der Nähe und habe deinen jungen Herrn getroffen. Er sagte, ein paar geschickte Hände wären hilfreich. Wahrscheinlich mehr als ein paar. Aber der alte Herr will keine neuen Bediensteten. Und was rätst du mir? Ich möchte mich nicht aufdringen, aber hier würde es mir sehr gefallen. Du solltest am besten wieder gehen. Sei nicht böse, aber es laufen heutzutage so viele Räuber herum. Du hast recht. Zu schade. Nicht zuletzt deinetwegen. Ich bin nur ein Stallbursche, aber wenn ich ein trauriges Mädchen sehe, will ich sie sofort aufheitern. Wie wäre es mit einem Hufweisen? Das bringt Glück. Nimm es, du wirst schon sehen. Ist das dein Ernst? Ich glaube nicht an sowas. Du machst einen Fehler. So ein Hufeisen kann dein Leben verändern. Versteck es unter dem Bett. Du wirst schon sehen. Na schön. Danke. Aber mein Problem löst es nicht. Armes verzweifeltes Ding. Sie würde die hilfreiche Hand eines Fremden jetzt bestimmt nicht wegschlagen. Sag mir, warum du weinst. Ich weine nicht. Ich soll dem alten Herrn Wein bringen. Aber das Schloss ist verkeilt oder so und jetzt werde ich ausgeschimpft. Kann er ihn nicht selbst holen? Nein. Er liegt den ganzen Tag im Bett, weil er schwer krank ist. Verstehe. Und gibt es keinen anderen Kellereingang? Nein. Keinen. Obwohl, vielleicht gibt es einen. Aber ich weiß nicht wo. Was? Wie das? Na ja, es soll eine Geheimtreppe zwischen dem Arbeitszimmer des Herrn und dem Keller geben. Angeblich wurde sie gebaut, damit die Lady den Herrn nicht sieht, wenn er Wein aus dem Keller holt. Er trinkt wirklich gern. Aber der Arzt hat ihm eine strenge Beschränkung auferlegt. Ein Glas pro Tag. Interessant. Du weißt also nicht, wo genau sie ist? Nein. Und ich kann sowieso nicht hochgehen. Selbst wenn ich es wüsste. Lass dir doch von so einer Kleinigkeit nicht die Laune verderben. Zeig mir den Schlüssel, ich mach das schon. Ich weiß nicht. Ich kenne dich doch gar nicht. Wie meinst du das? Ich bin doch der neue Stallbursche, oder? Witzbold. Hier, bitte nimm. Aber schnell, damit dich niemand sieht. Das Wachs ist zu hart. Ich würde es zerbrechen, bevor ich einen guten Abdruck hinbekomme. Tut mir leid, Miss. Ich muss Werkzeug holen, sonst kann ich das nicht öffnen. Na ja, du hast mich nicht überzeugt. Und ich will den Schlüssel zurück. Klar. Und keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Mist. Ich musste ihr die Schlüssel wiedergeben. Sie ist nicht so dumm, wie ich dachte. Was ist das? Hat Brian ein Loch in der Tasche, oder wie? Sie ist nicht so dumm, wie ich bin. Ich bin wieder da. Hast du es nochmal versucht? Ja, aber es rührt sich nicht. Egal, gib mir den Schlüssel. Ich versuche es mal. Wenn es gar nicht anders geht, hilft oft nur Ruhe, Gewalt. Das wäre wirklich nett von dir. Mir hilft sonst nie jemand. Was machst du mit den Schlüsseln? Ich wollte nur die Tür öffnen. Jetzt erhitze ich sie ein bisschen. Das hilft, den Schmutz zu entfernen. Verstehst du? Nein. Verstehe ich nicht. Mach bloß nichts kaputt. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Ach was. Von sowas habe ich noch nie gehört. Und für mich ist das was ganz Alltägliches. In einer Minute ist die Tür offen. Ich habe es nicht zu Ende gedacht. Die Schlüssel sind ziemlich heiß. Autsch! Was machst du mit den Schlüsseln? Ich wollte nur die Tür öffnen. Keine Sorge, junge Dame. Ich öle sie nur. Dann geht es viel leichter. Du hast wirklich Glück, dass ich hier bin. Da bin ich mir nicht so sicher. Keine Sorge, ich bin fast fertig. Ganz ehrlich. Na gut. Aber bitte beeil dich. Sonst bekomme ich Probleme. Ich bin froh, dass ich Abdrücke von beiden Schlüsseln gemacht habe. Man weiß nie, was kommt. Das kann ich nicht. Selbst wenn ich wollte. Ich. Schönen Tag noch. Ich komme morgen wieder vorbei. Hoffentlich gibt es dann Arbeit für mich. Schön. Aber ich kann nichts versprechen. Der Meister nimmt nicht jeden. Kein schlechter Anfang. Ich frage mich, wie lange das Glück wohl anhält. Brian wird so beeindruckt sein, wenn ich ihm das zeige. Heute Abend wird es leicht. Hier ist er. Das ist unsere Fahrkarte ins Paradies. Lass mal sehen. Hey, war das nicht meine Kerze? Nein, aber wir brauchen einen Schlosser. Einen, der keine Fragen stellt. Ich kenne einen, wenn er nicht gerade im Gefängnis ist. Könnte er ein Duplikat herstellen? Klar. Dann geh zu ihm und frag ihn. Ich habe schon genug getan. Da hast du recht. Aber nachts rühre ich keinen Finger für dich. Du einfach nichts Dummes, dann ist alles in Ordnung. Und geh jetzt, sonst schaffst du es nicht. Meine Güte, du bist ja schlimmer als meine Mutter. Woher willst du das wissen? Du kennst sie doch gar nicht. Mist, hast recht. Sobald er aufsteht, haue ich mich kurz aufs Ohr. Das wird sicher eine wilde Nacht. Ich bin Pretty. Ich bin klar. Vielen Dank.